Mutterkuchen Dass Eltern die Plazenta gerne nach der Geburt mit nach Hause nehmen möchten, um später darauf ein Lebensbäumchen zu pflanzen, ist in unseren Breitengraden nicht ungewöhnlich. Auch in anderen Kulturen gibt es zahlreiche Bräuche rund um den Mutterkuchen. Völkerkundler wissen längst, dass die Plazenta schon seit Jahrtausenden einen besonderen Stellenwert quer durch die Kulturen hat. Die sogenannten Nachgeburtsbestattungen waren in Ägypten genauso üblich wie in Australien, China oder eben in unseren Gefilden. Der Grund für diese Bräuche ist die Vermutung, dass in der Plazenta ein Stück der menschlichen Seele verbleibt, ein geistiger Zwilling sozusagen, und man mit diesem achtsam umgehen müsse. Etwas ungewöhnlich ist ein Brauch, der immer mehr um sich zu greifen scheint, das rituelle Verspeisen der Plazenta, das auch Vegetariern erlaubt ist. Rezepte von der Plazentella Sagne bis hin zum Mutterkuchen im wahrsten Sinne des Wortes finden sich im Internet reichlich. In der Tierwelt fressen viele Säugetiere nach der Geburt ihrer Jungen die Plazenta. Auf der einen Seite geht man davon aus, dass das Tier so Nährstoffe zu sich nimmt, die sich im Mutterkuchen befinden und zum anderen verhindert das Auffressen natürlich Verwesungsgeruch, der Raubtiere anziehen könnte. Raubtiere müssen wir ja eher weniger fürchten, aber die Nährstoffe im Mutterkuchen sind ein entscheidendes Argument derer, die ihn nach der Geburt verspeisen. Angeblich soll die Mutter selbst das Gewebe als wohlriechend und auch im rohen Zustand als wohlschmeckend empfinden. Dass die Milchbildung durch den Verzehr angeregt und die Rückbildung beschleunigt werden soll, wäre dabei ein nicht unerheblicher Nebeneffekt. Wissenschaftlich belegt ist jedoch keine der angeblichen Wirkungen. Gynäkologe Alex Farr von der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der Medien in Wien hat zu dem Thema geforscht und ein Statement im American Journal of Obstetrics on Gynäkologie veröffentlicht. Ist es seiner Meinung nach gesund, die Plazenta zu verspeisen? Im Gegenteil, denn die vermuteten Nährstoffe wie Eisen, Selen und Zink befinden sich nicht in ausreichend hohen Konzentrationen in der Plazenta. Allerdings wurden hohe Konzentrationen von Schwermetallen in der Plazenta festgestellt, die sich dort im Laufe der Schwangerschaft ansammeln, schreibt der Experte. Der Verzehrberge zudem ein Infektionsrisiko. Zudem sei die Plazenta medizinisch gesehen ein Abfallprodukt. Und der Experte geht noch weiter, nachdem die Plazenta genetisch zum Neugeborenen gehört, grenzt das Verspeisen der Plazenta an Kannibalismus. Auch im Bereich der Körperpflege wird der Plazenta offensichtlich eine besondere Kraft zugeschrieben. So waren von den 1960ern bis Anfang der 1980er Jahre Kosmetikprodukte mit Plazenta-Substanz in. Man hoffte auf die verjüngende Wirkung der Wachstumshormone und Kremsmitnahmen wie Hormacenta oder noch eindeutiger Plazenta-Wecks fehlten in kaum einem Spiegelschrank. Mit dem Auftreten von AIDS verschwanden diese Produkte vom Markt. Einen deutlich besseren Ruf haben da Plazenta-Nussoden, aus den Zellen der Gebärmutter hergestellte homöopathisch aufbereitete Mittel. Meist werden sie in Form von Globuli genutzt, die man sich aus dem eigenen Mutterkuchen machen lassen kann und die später dem Kind homöopathisch beste Dienste leisten sollen oder auch als Mutterfett oder als vielseitig einsetzbares Plazenta-Pulver. Die Plazenta, auch nach Geburt genannt, ist am Ende der Schwangerschaft etwa ein halbes Kilo schwer, zwei bis vier Zentimeter dick, schwammig, mit einem Durchmesser von 15 bis 20 Zentimetern. Bestehend aus nütterlichem, aber auch embryonalen Gewebe ist dieses Organ zehn Monate lang eine Lebensquelle für das Baby. Der Mutterkuchen, der durch seine Form tatsächlich ein bisschen wie ein Kuchen aussieht, versorgt das Ungeborene mit Sauerstoff und Nahrung und schützt es vor schädlichen Stoffen und Einflüssen. Zusätzlich werden durch ihn Stoffwechselprodukte entsorgt und Hormone produziert. Manche Krankheiten, aber auch das Rauchen, können die Funktion der Plazenta stören. Dann wird von Plazenta-Insuffizienz gesprochen. Das Embryonal-Blut ist nur durch eine dünne Wand vom mütterlichen Blut getrennt, was von der Natur durchaus sinnvoll gestaltet ist. Zum Beispiel dann, wenn Mutter und Baby unterschiedliche Blutgruppen haben oder verschiedene Rhesusfaktoren. Durch diese Plazenta-Schranke werden viele, aber lange nicht alle Gift- und Schadstoffe ausgefiltert, bevor sie zum Baby gelangen können. Was erklärt, warum einige wenige Medikamente auch in der Schwangerschaft erlaubt sind, Alkohol aber nicht, da er diese Schranke ungehindert passieren kann. Und auch manche Bakterien und Viren schaffen es, sich durch die Membran zu drängen. Rötelnviren zum Beispiel können bei nicht ausreichendem Impfschutz der Mutter über die Plazenta zum ungeborenen Kind gelangen. Was schlimme Folgen haben kann. Ist das Baby erst einmal da, ist für die meisten Frauen die Geburt vorbei. Bei ihrem ersten Kind sind sie dann oft überrascht, dass auch die Plazenta noch geboren werden muss und auch das durchaus nochmal ein bisschen schmerzhaft sein kann. Bei der Nachgeburt werden der Mutterkuchen, die Reste der durchschnittenen Nabelschnur sowie die Allhäute vom mütterlichen Körper abgestoßen. Zwei Signale zeigen den Geburtshelfern, dass sich die Lösung der Plazenta ankündigt, zum einen erneute Wehen und zum anderen, der Drang zu pressen. Der Mutterkuchen löst sich von der Gebärmutterwand und gleitet, wenn alles gut läuft, durch den Geburtskanal heraus. Wobei die Hebamme hier oft ein wenig nachhilft, zum Beispiel durch Druck auf den Bauch. Für die Geburtschäfer ist der Zustand des Mutterkuchens sehr aussagekräftig, er wird daher gründlich untersucht. Wird die Plazenta zum Beispiel nicht vollständig ausgeschieden, dann kommt es zu starken, nicht stillbaren Blutungen und es muss eine Ausschabung gemacht werden. Wenn alles so läuft, wie es soll, dann nistet sich die befruchtete Eizelle und damit auch die daraus entstehende Plazenta im oberen Teil des Uterus ein. Manchmal an der vor der, manchmal an der Rückwand. Beides ist völlig normal, hat nur zur Folge, dass man das Kind etwas früher oder später spürt. Bei einer von 200 Schwangeren kommt es aber zu einer ungünstigen Lage. Der Grund dafür können bereits durchgeführte Kaiserschnitte oder Ausschabungen sein, Operationen an der Gebärmutter, aber auch eine rasche Schwangerschaftsfolge oder frühere Fehlgeburten. Eine Fehllage des Mutterkuchens nennt man blissende Previer, wobei die Fachleute hier noch einmal vier Unterteilungen vornehmen, je nach Sitz. Von einer Plazenta-Previer spricht man aber erst nach der 24. Schwangerschaftswoche, denn bis dahin ist ein Wachsen nach oben noch durchaus möglich. Passiert das nicht, so kann die Schwangerschaft trotzdem einen relativ problemlosen Verlauf nehmen. Allerdings mit engmaschigerer Überwachung und einem Kaiserschnitt. Stürzt eine Frau während der Schwangerschaft oder erleidet sie einen Schlag auf den Bauch, dann kann sich die Plazenta vorzeitig ablösen. Es handelt sich dann um einen lebensgefährlichen Notfall. Ein Mutterkuchen, bei dem alles in Ordnung ist, erinnert ein wenig an frische Leber. Doch nicht immer sieht die Plazenta so aus, wie sie aussehen soll. Es kann zu Verkalkungen des Gewebes kommen, sie kann Löcher haben oder an sich ungünstig aufgebaut sein. All dies ist nicht ungefährlich für das ungeborene Kind. Bei einem solchen Mutterkuchen vergeht übrigens auch eingefleischten Plazenta-Partifans anscheinend der Appetit. Auf den einschlägigen Seiten wird daher dann von Plazenta-Carpazio abgeraten. Letztendlich bleibt es ja auch jedem selbst überlassen, ob er einen Baum darauf pflanzt, Mutterfett zubereitet oder es sich einfach schmecken lässt. Rein gesetzlich gesehen gehört die Plazenta nämlich den Eltern, und die können damit machen, was sie wollen. In unserer Elternwelt finden sie alles, was Eltern bewegt, jetzt fahren werden und mitbediskutieren. A. E. Q. Z. K. P.